Der RT-Deutsch-Podcast Die Meinung Norbert Röttgen, der wohl umtriebigste Transatlantiker der deutschen Polizszene, demonstrierte in einem Interview mit der Neuen Zürcher Zeitung erneut seine geradezu verblüffende Fähigkeit zur eindimensionalen Betrachtung geopolitischer Gegebenheiten. Das ist umso bemerkenswerter, weil der CDU-Politiker als Kanzlerkandidat für sich in Anspruch nimmt, auf diesem Gebiet der Experte zu sein. Zitat Die großen Treiber der Zukunft sind Technologie und Geopolitik, weiß Röttgen. Zudem sei China nicht mehr nur ein großer Markt, sondern ein geostrategischer Akteur und das Verhältnis zu Russland wird komplizierter, fährt der CDU-Politiker fort. Damit sind gleich zu Beginn die von Röttgen ausgemachten strategischen Kontrahenten vorgestellt. China als Weltmacht ein geostrategischer Akteur? Jetzt muss für Freiheit und Demokratie eingestanden werden. Bei anderen drückt man gerne beide Augen zu. Und dass das Verhältnis zu Russland komplizierter werde, kann in der Gedankenwelt von Röttgen natürlich nur an Russland selber liegen. Doch noch läuft er sich nur warm. Dass der russische Außenminister Sergej Lavrov Deutschland im Falle des mutmaßlich mit einer hochtoxischen Substanz aus der Novichok-Gruppe vergifteten Nawalny zur Kooperation aufrief, sind für den Dauergast in der bundesdeutschen Talkshow-Landschaft reine Vernebelung und Zynismus. Für den studierten Juristen ist es längst selbstverständlich, dass es hier der Angeklagte ist, der seine Unschuld zu beweisen hat. Dass russische Ermittler sich anmaßen, auch zu Substanzen und Umständen in Deutschland ermitteln oder gar mit Nawalny sprechen zu wollen, um zur offiziell von der Bundesregierung gewollten Aufklärung beizutragen, kann deshalb nur eine besonders perfide Kreml-Strategie sein. Zitat Der Fall Nawalny ist ein weiterer Fall in einer Serie und ist Ausdruck eines menschenverachtenden politischen Systems, schließt Ermittler Röttgen den Fall für sich ab. Die Frage Kui Bono räumt der Kandidat für den CDU-Vorsitz natürlich gleich mit vom Tisch. Schließlich haben wir es mit dem Machtmenschen Putin zu tun, dem Röttgen offensichtlich obendrein jegliche Rationalität und geostrategische Klugheit abspricht. Zitat Diesmal zog es Russland, also Putin vor, einen politisch unbedeutenden und nur in der westlichen Hemisphäre hochgeschätzten Regimekritiker, Politblogger und Oppositionellen mit ultranationalistischer Vergangenheit, Stichwort Migranten sind Kakerlaken, aus dem Weg zu räumen, statt die Vollendung des transeuropäischen Pipeline-Projektes zu verfolgen. Aber sei es drum. Es muss eine Reaktion erfolgen, fordert Röttgen. Und wie dieser aussieht, lag für ihn seit Stunde eins nach Bekanntwerden der Nawalny-Vergiftung auf der Hand. Zitat Durch das allgemeine Gefühl, dass dieses Mal einmal zu viel war, ist ein europäisches Momentum entstanden. Jetzt kann nicht mehr mit diplomatischen Standardformeln reagiert werden, sondern Europa muss eine politische Antwort geben, die Russlands Präsident Wladimir Putin auch versteht. Dabei hat die Pipeline Nord Stream 2 eine zentrale Bedeutung. Wenn wir dieses Projekt in einem Jahr einweihen, nimmt Moskau uns nicht mehr ernst. Zitat Ende Und dann sind sie auch schon wieder da. Die machtpolitischen Ziele Putins. Denn natürlich möchte der russische Präsident durch Nord Stream 2 erstens, Zitat Die gesamte Ukraine nicht mehr nur den Osten destabilisieren. Das wäre ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum machtpolitischen Ziel Putins. Zitat Ende Und zweitens, Zitat Er will die Staaten entlang der russischen Westgrenze von Georgien über die Moldau und die Ukraine bis Weißrussland zu einer russischen Einflusszone machen. Moskau verweigert diesen Ländern das volle Selbstbestimmungsrecht und möchte erreichen, dass Europa das toleriert. Zitat Ende Anschließend wird es zumindest auf groteske Weise interessant. Denn nun verlässt die NZZ die von Röttgen bevorzugte Eindimensionalität. Zitat Kommt Nord Stream 2 nicht, hätte Präsident Trump sein Ziel erreicht. Er hatte Europa unter Druck gesetzt, das Projekt zu stoppen. Heißt es nun seitens der NZZ. Geschenkt, dass sich bereits Trumps Vorgänger Barack Obama, wenn auch diplomatisch, so doch unmissverständlich, gegen die Erdgas-Pipeline aussprach. Geradezu bizarr ist Röttgens Einspruch gegen diese Feststellung. Zitat Man weiß nicht, ob er sich gerade um Kopf und Kragen redet, oder ob diese Einlassung schlicht seiner eigenen und speziellen Logik als Außenexperte der Christdemokraten entspringt. Mit der Demonstration außenpolitischer Souveränität hat dieser Widerspruch jedoch gewiss nichts zu tun. Für einen Röttgen besteht das europäische Moment also darin, einer von der US-Administration ohnehin bereits lange gefällten machtpolitischen Entscheidung nun auf EU-Ebene durch eine eigene, mit gleichem Ergebnis, aber nun gegen ein Unrechtssystem gerichtete, zuvorzukommen. Und dabei soll der US-Druck dann keinerlei Rolle gespielt haben, zumal es wohl eben nicht die amerikanischen Sanktionen sein würden, die Nord Stream 2 den Chaos machen. So also sehen dann europäische Entscheidungen für den Kanzlerkandidaten Röttgen aus. Das war der RT Deutsch Podcast.